Ich nehm mein Objekt mit. Bisschen hoch, aber... Das ist insgesamt die Region. Das ist der Tisch auf, generell hier. Das ist von der Natur gut eingerichtet. Wäre oft schlecht, wenn die Bewohner ja alle im Prinzip auf der Fußbank sitzen und vom Fußboden essen. Das macht schon keine Laune. Deswegen ist alles höher. Aber das ist, das Möbel mutet unergonom. Kann schon sein, aber dafür ist es auch aus Holz. Die Schnitzen, die regelmäßig. Könnt ihr mir schon vorstellen, dass heute Vormittag, die erfahrenen, hier ist die Veranstaltung, da sind die schnell zum Böttcher. Und da hat er was zusammengeböttcht hier. Und... 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 Und die wollen die Bäume an. Was denkst du, warum sie sie angepflanzt haben? Die brauchen ja... An ein paar Tage hier Stühle. In ein paar Jahren. Die schreit sie aus hier. Die haben die Zeug verbastelt da. So schnell können die gar nicht wachsen, wie sie die versnitzen. Der gesamte Wald zerstuhlt. Und... Eine unschöne Vorstellung, jetzt mit dem Gefühl, hier zu sitzen, schwind zu tragen. Ja... Nee, so darf ich das nicht sehen. Aber was ich noch sagen will, du musst aufpassen, dass die Stühle so frisch sind, von Holz her. Manchmal treiben die nochmal aus. Das ist eine alte Regel. Holz treibt jemanden ungünstig. Das ist was ich meine noch. Ja... Nee, aber so... Sonst ist es schön hier auch. Von der Luft her eigentlich, oder? Oder? Ach, ist das Luft? Ach so, ja. Insgesamt ist hier ja, sag ich mal, wenig. Das stimmt aber immer noch mehr als gar nicht. Also jetzt im Verhältnis zu dem, was wir hatten, wo es so war, dass wir gesagt haben, wir gehen wieder. Das war ja noch das Klima. Im Grunde, die dann das Lippe waren, noch nicht da. Das hat... Verzucht. Nee, nee. Verzucht auch gar keiner. Ich denke, die meisten wohnen ja dort, wo so viele sind. Nun eben. Das dürfte ich dann aber auch, wenn sie so bald... Das hat sich ja umgesprochen. Ich habe doch ein Duß gehört. Nee, ich meine, insgesamt, dass das Faktum, dass hier im Lausitzer, hier im Umgebinde-Universum, dass das ja dünn besiedelt ist, das war ja schon... Bist du selber, Herr? Naja. Und stopp. Wir haben ja immer gedacht, wir sind falsch. Und da haben die Einheimischen gesagt, wenn du denkst, du bist falsch, dann immer weiter, dann kommst du immer weiter. So haben die alle angefangen, ne? Dann siehst du ja, siehst du ja, wo sowas gebraucht haben. Siehst du, wie der Blau nicht drüber gespannt war? Die Blöde. Das soll ja, die komplette Lausitz soll ja... Überlaft werden. Aber die ist laminiert. Die wollen ja so drüber, mit so einer Teigrolle, wo die Plaster rauskommt. Deswegen schnappen die ja noch an Luft, was sie kriegen können. Die Folie drüber ist, da sieht schlecht aus. Da kannst du noch einen Moment gucken und das war auch. Ja. Oder Folie transparent, ja? Dann wird sie was sehen. Hier, da ein gebunden. Vielleicht interessiert es ihn ja gar nicht. Ja, dann... Ja, dann nicht. Jetzt wird das schön gemacht hier. Oder? Ist schön. Es fehlt natürlich unten, dann wenn das... Die Bäume fällen hier so. Wenn das so steil ist, also irgendwie, dass man eben auch Schneekämmen braucht. Ja, kommen die restlichen Lausitzer. Es gibt auch Jungen, die haben da nicht gedacht. Die pflanzen die an mir.